Willkommen zurück bei Big Webber! Wir sind in unserem Electro-Only-Run in Welle 151 angekommen. Wir werden heute schauen, ob wir den Run durchspielen können oder nicht. Es ist das große Finale heute. Geldtechnisch sieht es gut aus. Wir haben einen Haufen Items bekommen durch die Mitnahme. Voltriant ist schon Max-Level, bevor wir überhaupt starten in die Welle. Gut. Er ist... Ah, okay. Ich weiß, warum. Ich weiß, warum er so stark ist durch die Senderbonbons. Ja, gut. X-Spezialangriff. Immer sehr gut. Der Abgrund-Unlicht-Pokémon. Ja, der Unlicht-Pokémon-Run wartet auch noch auf uns. Eine Sanft-Glocke. Wir haben mal einen Gigasauger. Oh, tötet er auch direkt. Hm, AP-Plus. Brauchen wir noch irgendwas? Vladimpero. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendjemand, der Feuer kann? Nein. Bin ich... Ich glaube nicht. Oh, wir haben noch Eier. Mein Lippchenmarsch. Seltener Eier. Knackleon. Sehr starke DV-Veränderung. Und Drachenkräfte. Leck-Dragon. Das ist ja... Äh... Drachen-Name. Ist ja tatsächlich sogar ein Blitz-Pokémon. Der Zen-Long. Relikant. Oh, Starter-Pokémon. Velenteckel. Ja, Velenteckel ist nicht so toll. Repetis. Relikant hatte ich noch nicht. Igni-War ist natürlich auch ein geiles Pokémon. Der könnte im Feuer-Run-Quirlschuss wichtig werden. Vokano, auch Feuer-Pokémon. Medizie. Ähm... Das Problem an Belectro ist natürlich... Nugget. Nein. Knudler. Sehr stark. Die Mitnahme ist halt... Mega. Was haben wir denn noch dabei? Pikachu... Ach du Scheiße. Dörfer. Stimmt, da war was. Kann aber auch keine Feuer attacken. Was kannt ihr denen nochmal? Vango. Donner. Hier auch keine Feuer attacken. Wir könnten ja auch zwischen der Runde mal gucken, was unsere Pokémon können. Aber... Naja, das ist Bescheid. Also es ist so, Leute. Ich bin gerade ganz frisch aus dem Urlaub zurück. Ich spiele jetzt praktisch die erste Runde nach meinem Urlaub. Ähm... Okay. Okay. Voltrian kein Feuer. Okay. Gut zu wissen. Das heißt, wir nehmen den Sonderbombang. Aber wir nehmen diesmal nicht Voltrian. Wir nehmen den Deno direkt. Ich weiß gar nicht, was der Max-Level ist hier. Hm... Spezialverteidigung. Ja... Wir machen das... Wir machen das... Auf Nummer sicher. Voltrian hat uns die ganze Zeit getragen. Spezialangriff-Verteidigung. Was hat denn Voltrian? Mäßig. Na gut, das passt schon. Er hat... Für den wäre es auf jeden Fall was. Also Magnuson. Der hat nur Spezialattacken. Atembrüherei. Der ist schneller wie ich. Aber One-Hit. Gut, das war der Abgrund. Stratosphäre. Wir gehen mal in die Stratosphäre. Ähm... Molte Gewalt. Okay. 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 Alles klar, also Stratosphäre war ich jetzt noch nicht oft. Hier gibt es wohl auch noch Pokémon, die ich noch nicht habe. Riesen-Nugget. Nehme aber trotzdem mit. Methino. Hier ist schon mal ein sehr hässliches Problem. Ich glaube jetzt auf 165. Oh, Muscheglocke. Effekt. Pixie. Keine Ahnung. Na gut. Auf 165 müsste jetzt der Boss noch mal kommen. Giovanni. Megalon. Also praktisch jetzt. Also. Ich weiß gar nicht. Despotar. Gastrodon. Ist auch effektiv. Sandsturm. Hypothereus. Der müsste Mega-Kangana dabei haben. Gut. Bis jetzt ist es. Äh. 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 Despotar darf zuerst. Das tut weh. Okay, okay. Wir haben ein paar Bären verbraucht. Aber das ist egal. Despotar ist besiegt. Da ist Mega-Kangana. Da ist mega-Kangana. Der trifft immer doppelt. Ja, weil die zu zweit angreifen. Ist aber auch kein Problem. Mewtwo. Ja gut. Seher ist eine starke Attacke. Aber bis die durchkommt, ist er besiegt. Das war's dann schon. Oh, den habe ich das erste Mal besiegt. Deswegen wusste ich nicht, dass Mewtwo kommt. Okay. Voltrian kriegt Elixier. Lepomentas. Abheb plus. Wir nehmen die Sonderbombe. Lunastein. Okay, das sind so äh. Liedelstein-Psycho-Pokémon hier in der Stratosphäre. Die Bälle braucht kein Mensch. Immer Spezialverteidigung. Giga-Sauger auf Lepomentas und du machst einen Surfer. Lepomentas weg. Oh nein, Finale. Gut. Ähm. Wir sollten mal wieder... Alle die gehen. Das Glücksei. Kriegt Magnuson jetzt. Flinkklaue. Das lassen wir alles. Drachenzahnen. Wer hat einen Drachenattacken? Niemand. Seidenschal kriegt... Seidenschal kriegt... Äh... Die Dünne. Ähm... Weil der hat... Schatten ist Unlicht. Belektro. Junnago-Beere. Weiß ich nicht. Hat er schon zwei? Nehmen. Giga-Sauger, um unser Leben wieder aufzufüllen. Münz-Amulett. Mehr Preisgeld. Erinnerleiterin Astrid. Intifrost. Okay. Irgendwie habe ich glaube ich auch noch nie gekämpft. Morbidesse. Ciao. Waschquaville aber als... Und wir haben... Ich auch. Ciao. Die Augen. Okay. One-Hit. Ein bisschen Bus steigert er uns immer weiter. Äh... Ja. Lashaking. Und wir haben Symbolara. Alles easy. Dinkstein aufgehoben. Kommt man jetzt raus? Ich weiß es nicht. Alte Ruine. Ähm... Alte Ruine ist Psycho. Und zwar hast du doch gerade einen Kingstein aufgehoben. Was macht der Kingstein? Müssen wir das jetzt angucken. Äh... Wie geht der? Jetzt sehen wir, dass der Gegner nach einem Eingriff zurückstreckt. Ah, okay. Alles klar. Okay, die sind alle schneller als ich. Aber Acht-Dix-Sea ist eine Attacke. Die können sie gerne machen. Sauberschein. Wahrscheinlich die Dinne. Oh, Voltriant auch. Aber was könnte ich bei Voltriant wegnehmen? Boah, eigentlich brauche ich alles, gell? Aber im Hinblick auf die ganzen Drachen-Pokémon, die kommen zum Schluss, ist Feuer dann eher unnütz. Wir nehmen es für Feuer rein. Wir gehen den... Vielleicht ist es ein Fehler. Vielleicht ist es aber perfekt, was ich jetzt getan habe. Wir werden mal dann sehen, wenn es so weit ist. Wenn die Drachen alle kommen. HP Plus... Zauberschein direkt. 175 kommt da der Rivale. Wohin genau? Hab ich gar nicht. Egal. Schlohkraut. Auch gut. Wir geben jetzt allen Sonderbonbons. Egal, wer könnte es uns leisten. Geldtechnisch sieht es gut aus. Können natürlich auch rollen jetzt. Wir haben die Kohle dafür. Oh, noch mehr Sonderbonbons. Elektro... Elektro... Spezialverteidigung minus Eingriff. Ne, wir machen unser Ziel hier weiter. Pikachu. Was wir natürlich noch brauchen könnten, wäre ein Donnerstein noch ein zweiter. Wer Magneson schon bekommt, ich habe einen Donnerstein. Aber wir könnten noch Pikachu zu Raichu machen. EP-Teiler. Nein, ja. Wir nehmen Magneson mal rein. Äh... Okay, der ist auch... Relativ stark jetzt, Magneson. Das ist gut. Alles, was wir haben, und stärke Baume. Neu rollen. Ja, komm, nehmen wir Sonderbonbons. Psyane! Er ist direkt tot. Okay, eigentlich wollte ich ihn fangen. Aber das war wohl nichts. Oh, wir haben ein episches Ei. Mhh. Uuuuuh. Eisenkrieger. Was Neues für mich hat man noch nicht. Finalformation. Na, bald. Ernsthaft jetzt. Und jetzt nicht die Top 4. Jetzt müsste doch die Top 4 kommen, oder? Ja. Ja. Ja, Baru. Äh, okay. Elfer-Pokémon. Wir probieren's. Also, Voltriant ist einfach ein Monster, Leute. Er ist einfach ein Monster. Scheiße, ist ja ein Stein-Pokémon. Egal. Ja, gut, die Bären. Aber auch nur, weil die schneller sind als ich. Da sind wir schneller. Sehr gut. Das Problem ist, dass mir Gigasauger hier nicht viel bringt. Und wir sind nochmal schneller. Und das war der erste für Top 4. Ich glaub, gegen die hab ich auch noch nicht gespielt. Ja. Ähm. Nö, die Spezialangriff hat mir immer. Die Resella. Probieren wir mal Zauberschein. Sehr gut. Die Resella. Bodenunlicht. Zauberschein sehr effektiv. In Unlicht und Boden können Gigasauger machen. Hier ist Gigasauger. Also, das ist ein Boden-Pokémon. Die Hornmirror. Müssen wir gucken, ob wir vielleicht ein Elixier brauchen. Ja gut, also, das ist, wie gesagt, der Voltrian ist ein Monster. Abartig. Und dann noch mit seinem, ähm, bisschen Boost. Das ist abartig. Wir zerstören alles. Voltrian ist jetzt dann schon fast max Level, ne? Da ist ja ein Sturm da, eh. So, Voltrian ist 200. Ignaz. Sieht nach Feuer aus. Feuer ist so ein bisschen mein Problem, glaub ich. So, solange wir so viel schneller sind und haben die keine Chance. Aber ich hab vergessen, ein Elixier zu nehmen. Wir haben noch acht Attacken. Oh, schlapp, oh. Wollen wir mal einen Gigasauger reinhauen? Kommt jetzt schlapp, oh ja, her. Wow. Einfach eine Beere verbrannt, die Sau. Uh, das hat wehgetan. Panferno hat mir wehgetan mit seiner Flammenwut. Heißt, wir werden jetzt erst mal kurz übertragen. Panagebeere. Moment. Dummesbeeren. Hier, nicht mehr Beeren. Der Haibeere passt. Bamboubeere. Citrobeere. Die gehen alle nicht. Die Behälter dann. Dann werden wir für einen Topdrang gehen. Diesen Nugget ist schon ganz gut. Dauerschein geht auf alle. Äh, ich weiß nicht, ob die überhaupt überleben. Wohl eher nicht. So, jetzt werden wir uns ein Elixier holen. Volldrehend. Mal sehen, wie hoch wir den kriegen. Ich weiß nicht, ob es einen Max gibt. Der Lucian. Arterillit. Käfer, psychischer wie der Käfer. Oder ist es Psycho? Das ist die, ähm... Okay, Gagliadi wollte eigentlich kämpfen, aber durfte nicht. Agilusa ist eigentlich Wasser-Psycho, aber war Terra-kristallisiert. Seer kannst du gerne einsetzen. Da wäre jetzt Feuer gut gewesen, aber brauchen wir nicht. Der nervt mich schon die ganze Zeit. Also, verteidigungstechnisch haben wir noch Luft nach oben, ne? Erzählungspin. Haben wir auch schon einen. Ne, man mit. Haben wir 20%. Na ja, warum bleibt er von mir zuerst? Hm, da ist nichts dabei. Auch nichts dabei. Wir pushen den Volt Reant bis zum geht nicht mehr. Cynthia ist der Champion. Okay. Das ist schlecht für dich. Mega knack, krack, alter. Ja gut, wir haben 208. Giratina kenne ich nicht mal. Aber Zauberscheiden gegen Drachen haben wir. Ja gut. Expliza, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da hätte man wieder Feuer brauchen können. Lucario. Ach, wie gut, dass Fee ja auch gegen Kampf sehr effektiv ist. Ich bin auch nicht. Keine Ahnung. Kripuk und nicht haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Kripuk ist weg. So, was hat er zum Schluss? Togekiss. Tut mir leid. Ich glaube, vier besiegt. Die letzten zehn Wellen. Ich bin an. Jetzt geht's los, Freunde. Wir haben genug Geld. 195 kommt der Rivale. Blitz. Der Pikachu, alles klar. Donnersichel, Sauber Schein. Oh, der darf mit Next Strike zuerst. Wir müssen... Bevor der Rivale kommt, noch mal schauen, was wir noch an Bären bekommen können. Das ist die nächste Runde. Blitz. Auch ein geiles Pokémon, also das sieht mega geil aus, finde ich. So, jetzt kommt die Rivalin. Wir hauen noch mal ein Elixier rein. Ähm... Bären-Technisch. Hermionago-Bären, Lanzar, Zalkat, Pahai, Grambo, Citro, Lycid. Ähm... Die Trou-Bären, alles auf ihn. X-Volltreffer. 3 W. Eine Wirkung, das war klar. Aber Gigasauger? Oh, er hat echt überlebt. Ja, alle Bären direkt weg, oder was? War das erste Pokémon, wo er tatsächlich mal überlebt hat. Aber jetzt kommt der Bestien-Boost. Ja, wir haben direkt weg. Bestien-Boost, jawohl. Blamby-Rex. Boah, direkt platt. Ja gut, wir haben dafür 212, also irgendwas muss es ja bringen, dass wir 30 Level drüber sind. Da ist Rai Quasa. Zauberschein. Nein, One-Hit. Okay, okay. Hm, wir probieren den Donnerblitz. Ah, der hat kein Volt-Absorber. Glück gehabt, ich hatte es nicht mehr im Kopf. Gut, Adibom ist ja dann free für mich. Und der Rivale hat nicht einmal einen Hauch einer Chance gehabt. Direkt gleich nochmal Elixier. Und wir nehmen die Citro-Beere mit. Elf-Flamme. Interessant. Den habe ich, glaube ich, noch nicht mal gesehen bisher. Bambo-Beere. Eisendorn und Krisenzahn. Nein? Ja. Pikachu. Du machst Zauberschein und du machst Surfer. Okay. Spezial-Attacke kann nicht weiter erhöht werden. Also wir sind echt auf Max, was geht. E-P-Pin jetzt noch. Lieber den Top-Tank, dass der wieder voll ist. Eisenkrieger, den haben wir gerade eben bekommen. Trotz, dass es eine Fee ist, kriegt er von Fee vollen Schaden. Wie er mir jetzt die ganze Zeit E-P-Pins drücken will. Nein. So, 199 geschafft. So, Freunde. Nochmal voll heilen. Nochmal ein Elixier reinhauen. Nochmal ein Sonderbonbon reinhauen. In Dünerlust, da ist er. Sauberschein. Ey, das ist schlecht. Aber er kann jetzt nichts machen. Okay, vergiftet. Wir heilen uns. Er macht kaum Schaden. Er hat Minus 6 Spezial-Attack. Trotzdem töte der mich direkt. Das ist schlecht. Okay, wir gehen trotzdem mal auf Donnerblitz. Ich habe keine Ahnung. Hier sein Flammbuff ist schon mal... Also, den Schaden, den er macht, der ist lächerlich. Er ist paralysiert. Er heilt sich direkt. Das macht aber nichts. Ah, das trifft denn selber. Oh, dumm. Dumm, dumm, dumm. Er hat überlebt. Das ist wichtig. Hm, wir haben noch einen AP. Mag mir so einen wiederbeleben. Das ist ein harter Kampf, ey. Ohne Scheiß, weil das Problem ist. So lange, bis er keine Dinge mehr hat. Die Pikachu ist aus. Glunt schlägt. Das trifft alle, das ist nicht gut. Donner. Lehm-Sola. Da ist ja die Power-Weekend. Ja, die Dänne ist weg. Ah, das ist sehr gut. Geht die nur einmal? Habe ich was verpasst? Er verfehlt. Die Genauigkeit sinkt weiter. Grazy-2, Spezial-Attack-5. Da mit Lichtkanone und dann müssen wir halt mal den Dresch-Wegel benutzen. Der bringt zwar nicht viel. Der Schlick brennt. Ist ein langer Kampf, aber... Wie lange wir Lichtkanone haben, setzen wir sie weiter ein. Du versuchst nochmal eine Lehmbrühe zu setzen. Jetzt müssen wir eine Kraftreserve einsetzen. Ich merke mir so nichts weg. Belektro. Belektro-Knuddler. Wir versuchen nochmal Lehmbrühe. Fehlt. Weiter versuchen. Die Zwei-Balken sind weg. Die Zwei-Balken sind weg. Weiter mit Knüddler. So langsam müsste Dresch-Wegel auch mehr Schaden machen. Fehlt einiges, das ist gut für uns. Dürfte die letzte Attacke von Flunschlik sein. Bei Flunschlik ist die letzte Attacke von Flunschlik. Okay, die letzte ist erreicht. Und das war's. Dynalos ist besiegt, der Blitzrun ist durch mit Lehmbrühe, Müsterwellen sehr stark, weil dadurch sein Angriff sehr schwach wurde. Er hat zwar viele, viele Items geklaut, logischerweise, wir hatten ja auch mega viele Items, aber macht nix. 25 Bänder gesammelt. Monotyp Elektroherausforderung, elektrisierend. Glückwunsch! Voltis das erste Mal, Voltrians das erste Mal, Flünschlik, Magnetilo, Dedene, Pichu, Pikachu, eigentlich alle. Ja, meine Lieben, Monoelektro Run, easy. Beendet. Als nächstes, ich weiß es noch nicht, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Als nächstes, Wasser, Elektro sind erledigt. Lasst mich wissen, was ihr als nächstes sehen wollt, als nächsten Mono Run. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne Like, Abo, Kommentar da. Wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Bis dann. Bye, bye. Bye. Bye.